So, Herzlich Willkommen zu einem neuen Paar von Look It Leak Wie man den Farben sieht Gucken wir mal Der ist gut Bäm Das ist gut Drei Glocken 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 Die Glocken die 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 Leider war der Dillian, hat er es doch schon gemacht. Egal. Das war, das war geil, das war richtig geil, boah war das geil. Das sind alles Punkte Leute, bringt alles Pünktchen, also für mein Level Up, weil Level Up steige ich auch eine Klasse auf, ich kann uns hier natürlich auch spielen, ohne Aufgaben und nur aufsteigen, indem ich Level mache, wäre theoretisch eine Möglichkeit, ja, wäre theoretisch eine Möglichkeit, scheiße, scheiße, ne, 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 die Stauchen sind verschwendet. Mann abgang. Mann abgang. Ach komm, das war doch mein Schuss, du dummer Hurensohn. Mann. Mein Tor mein ich. Ah, der war noch da, okay. Ja, Vorlage, aber die bringt mir jetzt nichts mehr. Die Vorlage bringt mir jetzt leider nichts mehr. Ich habe es erfüllt Mit Vorlage und so Alter Ich dachte die Luten können nichts Entweder können die nichts Aber sie können nichts Oder sie haben zu viel Pech Eins von beiden Mann, Mann, Mann Das war Ich wollte gerade noch springen Ich wollte gerade noch springen Ich wollte gerade noch springen Da wollte ich gerade noch springen Schade, schade Schokolade Das wäre nice gewesen Das wäre nice gewesen Der war nicht schlecht Der war nicht schlecht Aber nicht gut genug Ja, ich hätte wahrscheinlich Nein, das war jetzt Dumm Ah, dumm, dass ich da nicht gefahren bin Das war einfach dumm, dass ich da nicht gefahren bin Dass ich da fahren soll Okay, dann Ah, ich dachte, es reicht. Okay. Spiel suchen. Spiel suchen. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, muss ich mir kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.